Hallo und herzlich willkommen bei eurem XNLP. Achso, ja, Chris. Chris Heiser, nämlich. Der Junge ist nämlich ein sehr geiler Typ, muss man ehrlich sagen. Du nicht. Und der heißt Heritage, 2.5.0.3. Ich würde euch empfinden, ihn zu adden. Abonnieren. Auch das wäre auch nicht schlecht, ja. Abonnieren wäre auch nicht verkehrt. Aber erstmal Freund hinzufügen. Ich würde immer so Nachrichten schreiben, immer sowas. Damit ich erstmal gestalkt werde. Genau. Erstmal stalken. Erstmal richtig volle, keine voll Spam. So, der Heli wollte FIFA mit mir spielen. Er hat mich darum gebetet und angebettet, dass ich mit dem FIFA spielen soll. Gegen wie hast du denn gerade gespielt? Wie die heißen, oder? Ja. Keine Ahnung, weil irgendwelche Affen, die verloren am 3-0. So, wenn ich das letzte Gameplay geguckt habe. Der sollte das lieber nicht gucken. Auch wenn das gerade keinen Sinn ergeben hat. Also wer jetzt quasi, jetzt zum ersten Mal das sieht, was jetzt gerade los ist. Das erste bitte nicht anschauen. Du weißt aber schon, dass es gerade Anti-Werbung ist. Dass die, oder genau, umgekehrte Psychologie, dass sie es dann sowieso angucken. Achso, stimmt. Ja, siehst du, das ist ja mein Trick. Ne? Wenn sie es angucken. Damit du mir aufrufst, Kriegserie. Genau. Du musst ein bisschen mitdenken. Sorry, ich bin so doof. Jetzt hast du nämlich alles verraten. Jetzt denken sie, oh. Wir wollen Anti-Werbung machen. Das ist keine Anti-Werbung, ich habe mich versprochen. Anti-Werbung wäre jetzt wirklich, wenn du das jetzt alles hier runter machen würdest. So, ähm. Leg mal wieder los. So, und wer dann in den Kommentaren schreibt, warum Jochon Ufer 96? Keine Ahnung, musst du ehrlich fragen. Wir können auch gerne ein anderes Team nehmen. Welches willst du denn? Keine Ahnung. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr also wollt. Ja, genau. Ne, wir nehmen gleich Dortmund oder Bayern. Wir nehmen Bielefeld. Ja, genau. Bielefeld nehmen wir. Der Held hat eine Karriere mit der Armini Bielefeld angefangen. Ja. Und die wird aber nicht hochladen. Ne, natürlich nicht, weil ich die von Braunschweig-Kochelade. Die Mikrofone sind hoch. Aber ich glaube, ich lebe erstmal Ultimate-In hoch. Finde ich, aber ich will das auch mit der Welt. Ich glaube, der ist jetzt das hier hoch. Ja, das auch, aber ich will auch eigentlich mit Ultimate-In anfangen, weil ich... Oh, gut, da kann das auch noch ein bisschen dauern. Das heißt, das wird dann erst später hochgeladen. Na, also 2016. Ja. Oh. Die Situation ist bereinigt. Ich bin nicht dann tot, wenn mir das hochkommt. Oh, weiter verlängert. Wunderbärchen, der ist drin. Töte, 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 T die Stadt die Krise kämpfen er hat es ein Topf vor für mich überweisen weil er auch vor kommen wir machen so kann ich es in den Bildungsaufgaben ist ja auch mal ein bisschen Gas geben man die Krise die Attacke an die Maschinen er nimmt nicht in die Hand es ist erinnert wenn er nicht die die Klinik das ist das ist von vom Gegner die die Mannschaft haben die ich gar nicht erkenne wenn ich zu sein achten alle die Klinik auch fast Marini die etwas zu genauer werden etwas zu müssen mehr nicht das zu lernen nachher gehen wieder raus und dann und dann haben wir wieder in die Hälfte kann man sich hochladen das Recht hat das muss er aus wie die Rechte auch so gut gemacht zum Posten die macht das ist genau auch gezielt wahrscheinlich auf dem Posten ich habe meinen Eindruck also wenn nicht ein PC was eingegeben so ein bisschen direkt schab ich noch LV die Wolle aber wirklich ein Tor haben wie dumm kann man sein Mist ich habe meinen Elbeut vergessen Jui was soll man da zu sein wenn jemand ging uns spiele und mit hat dann nur raus damit die in der Ausforderung aber auch bitte nur in der 5 Liga 4 da sind uns beleidigt die Abseits Du hast Wege drückt oder? Ja, du hast Wege drückt, oder? Ja, du musst du dir spielen, aber du hast irgendwie komplett abgedrückt Ja, weil ich absehe, weil ich absehe ja, das habe ich auch gesehen, am besten ... So, die geht aber aus, das Randbusse setzt gleich mir leid Ja, wenn wir halt so gut sind, Aya Jubels hat die nicht gerade gemacht, dass auch Fichtigkeit ich weiß nicht, wie ich wieder geht Der Bär heißt, der Jube ist richtig geil finde ich Ja, ja, ja Der macht auch Christian Ronalvo, der hat auch schon gemacht, den Jube Wie geht eigentlich die Gummelsjube? Keine Ahnung Ich gehe nicht raus Die wollen immer weißen Ja, okay, wenn wir das ein Film reinkriegen, dann gehen wir wahrscheinlich schon raus Ah, das ist schon mal geworden Ja, haben wir ja einen Ball Hoppa, das ist sogar L.A gedrückt Guck mal Uh, vorder, vorder, vorder Perfekt Da habe ich hier einmal zu viel L.A gedrückt Alle schon recht, der Jube, wenn wir jetzt rausgekommen wären, wäre das jetzt drei Minuten Zeit gewesen Ja, das wäre echt, das wäre echt nervig gewesen Dann hätte man noch ein Hohlan müssen, das wäre ja noch doofer gewesen Deswegen Wolle ich jetzt auch exudiert zu kaufen können, habe ich aber nicht jetzt gemacht Nach vorne, offensiver spielen So dolte ich die Zeichen des Trainers der Einladung Unsere KI ist hier nicht mehr richtig wie Hier also als ob sie mit uns leben und tot geht hier Und das ist jetzt gebe ich den Moment von Na, KI Ich habe heute den extra Torsten Aber, dann vergangen sie es Aber es ist So ist mit die Bezogel, es war das Oder Rückraum Eke, 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 Eke Ich war еще nicht, aber es war nicht so wichtig gewesen Nächste ich abgespielt natürlich das hat aber nicht dass man dort fehler der dort rauskommen müssen weil der Ball wirklich nahm Torwart das war ein Torwart jetzt gut aber ich wenn ich so geile ecken wenn ich ne Ecke schießen so weit wenn man ja mal aus und dann nicht genauer das ist das so jetzt gibt's mir nochmal mal ach so der Mann hat er dann ab und dann ist es sehr gut m Nürnberg das war das ein Computerbuchstaben er hat mir jetzt abseits Herr und Balsam es ging ja viel auf jeden Video kommt irgendwie etwas spektakuläres in immer aber auch nur von dir das ist immer falsch das war nicht was ist falsch man ich bin ich bin ich vorbereitet das ist ein woher die ausgetanzt für die das auch auf den mieter die bei vorgelegt gestillt wenn er in das erledigt die gommelige Gare mit der Flanke auf die Wartner weil nicht so sicher da war er nicht so sicher jetzt gibt es noch mal bei wir machen ein was auf den mal so ein Töcher machen nur weil ich bin ja nur vorbereitet ich bin Stürmer ja und ich bin für Schütze die Schönerin so als ich mir alles wieder in dem abbilden er hier noch mal so jetzt hier einfach ab war so gut die Weltkirche kommen hier immer bei jetzt kommt ein Passort RR 8 das war geplant nicht schlecht aber der Schuss der Trieger der Trieger in der Trieger Schneeke und die Veränderung von Trieger ich hab das nie das war einfach eine Drehung war das in den Köpfen er hat das Kürzen Achso das war das war keine Kürze das war einfach nur ein Ball vorgelegt nur ein neun 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 ein Jahr noch gefälscht mann wieder bei noch mal okay ja und da Akanker in Köln in einem Ball der soll es ein schönes aus dem Spiel so kann er nicht erholt werden was du willst ja die die müssen noch ein bisschen reißen das war jetzt also wird jetzt der geht rein der muss einfach mal eingehen das ist eine Flanke machen, aber... So, der holt ja echt viele Typen. So, der ist drin. Ah, ne, lieber schlecht geschossen. Na, passiert auch mal den Besten, ne? Ja, am besten passiert das auch mal. Es war mal ohne Scheiß. Ich hab jetzt dreimal gefordert. Und hab dann bald nicht bekommen. Wieso bekommst du denn gehen? Weil ich, äh, äh, ich bin Schweizer. Ich bin auch Schweizer. Ich bin Pole, ich bin Pole. Ey, nicht gegen Polen, ja? Nö, ich hab nicht gegen Polen. Ich find Polen ganz nett, ganz liebe Kerlchen. Na klar. Kannst du deine Oma erzählen? Ah. Ey, du hast immer noch nicht meine, äh, Facebook... ...seite geliked. Was geliked? Du musst mich was liken? Ja, like einfach mal. Ich hab bisher nur drei, nur zwei Likes. Und von erst? Ach so, also... Also wenn ihr das, wie du siehst, liked die Feldbesitz von Heribert, ja? Vom Heribert? Oh, hier, der wollte schon wieder ein linkes Mittelfeld auch. Du bist ja auch schon wieder so ausgepowert. Ich? Ich bin doch nur, ich bin doch nur am Rennen, ich bin nur am Sputen, ich geb dir alles hier. Ich glaub, ich stell dich mal in die Abwehr. Ne, ins Torbüter. Oh, jetzt bin ich schon 83, ich bin ja echt hier. Das kann ich ja niemals einfach ein anderes Dank sein. Ich das ist echt firm. das und von der Schmied so ist die Situation und schnappt sich der Spiele Person aber ich wollte ich hatte so geplant dass er so zu spielen was in den Ballant gekommen ist jetzt zu sein ist gemacht die ausgetribbelt habe ich sehen also ich muss in von dem Triff ziemlich auszunehmen ja warum bei mir stand gerade um Challenge freigeschaltet du hast so und so viele Gegner ausgetribbelt das will ich sehen das will ich auch schwarz auf weiß sehen ja das könnt ihr gerne sehen da bin ich gerade rumgelaufen in Standort 50 von 50 plus 1 Dribbling glaube ich war es du hast 50 Gegner ausgetribbelt da kann irgendwas nicht stimmen aber gut das Spiel ist sowieso komplett idiotisch und er hat aber auch nicht Dirk Obo das Spiel ist auch idiotisch aber n und den Kliniken und den Siegeln das war so klinkt und keine Lust er und nicht in den Gründer und immer und diese Malle aus von Floppy aber der Gegner aufgepasst mehr Druck nach vorne von den Absalien ja weil du nicht passt, weil du die ganze Zeit erfolgreich immer so viel weißt was du machen musst und du musst immer so wie der Kälte das gemacht und umlaufen du stehst auch immer scheiße ich stehe in der Mitte damit ich mal abziehen kann, Jula und Dorma gemeint der könnte passen nein ich bin abgestellt wenn er jetzt Floppy Dost die stehen würde dann dann hätte ich mich gefeiert das sollte eigentlich auf dich gehen aber ich meine Wissen erzählt dass das geht glaube ich jetzt auf durchgelassen sind die und sich für mich nicht noch habe ich er ist wie gut ist denn der Alter ich bin ich bin ich bin ich bin ich gehe einfach mal weg viel zu lax gemacht viel zu lax war das viel zu lax war das ja es war wieder zu sicher war ich schon da ja zu lax war das gib mir das mal auch mal ein Ball jetzt du bist so ein Ego alter ich stand genau da und hätte da spielen können und da du bist so du bist so ah jetzt sind sie rausgegangen oh man die Ego hättest du das Tor jetzt gemacht dann wird die raus ich wollte eigentlich abspielen aber ich habe gerade eine Roller-Linio-Modus angehabt ne KI ist Spieler des Tages ne ich weiß wie hat der eigentlich ne 9,7 ergattert ne 9,6 steht bei mir aber ist nicht schlimm achso ja keiner sagt das 9,6 ist ich hab schon weggedrückt aber das schon ein bisschen idiotisch gemacht weil eigentlich war ich wieder des Tages oh man ey dann sag irgendwas zum Schluss jetzt Schlusswort ah ich muss Pipi machen